hallo freunde hallo youtube ein kleines aufschachteln unboxing heute zu einem messer ihr seht schon an der verpackung zu einem park rüber mich hat erreicht ein park rüber sieben und highland special wir machen es zusammen auf das messer kommt und die rechnung kommt von der jenny von der klingen welt rechnung ist bezahlt und darin liegt gläderscheide eingepappt hier in dieses sandpapier die wirksölung ist auch noch drauf das park rüber highland special hier mit einer die amerikaner sagen es wird dazu ich sage jetzt eine falsche schneide und was dieses park rüber highland special und dieses park rüber highland special gemeinsam oder nicht gemeinsam haben sage ich euch im nächsten video ich danke euch fürs zuschauen es grüßt der interranger ein